Mir gefällt am Dance-Award, dass die Kinder hierher kommen und auf einer grossen Bühne tanzen können. Und dass die Klassen sehr offen haben, was sie machen dürfen. Wir haben uns einfach ein Ziel gesetzt. Unsere Lehrerin hat uns einfach Schritt dabei gebracht. Und wir haben es auch manchmal in der Freizeit wiederholt. Es war eine Herausforderung, aber am Schluss haben wir es gemeistert. Hier sieht man von ganz verschiedenen Stilrichtungen, auch verschiedene Kulturmusiken. Die Kinder erzählen, dass sie den Hansgi noch zusammen Kostüme genäht haben. Also wächerübergreifend wird hier geschaffen. Das ist fantastisch. Sie gehören jetzt viel mehr zusammen, haben etwas gemeinsam erreicht. Miteinander sind sie respektvoller. Sie geben aufeinander acht. Und ich denke, sie werden das für immer und ewig in Erinnerung halten. Es war ein sehr geiles Niveau. Es ging richtig ab. Und man hat auch wirklich gesehen, dass Leute einfach mal sagen, ich will versuchen, ich will mitmachen. Räumen ab. Also es ist möglich. Jedermann kann tanzen. Ja, also macht einfach mit. Man kann nichts verlieren. Es ist mega schön hier. Also coole Musik, coole Leute. Man sieht viele verschiedene Sachen. Und es macht einfach Spass, mit den Gleichaltrigen zu tanzen. Und das ist mega planetär. Ich denke, es war eine Musik, die ganze Folge zu sehen. Und das ist mega. Die Frage zu wissen, wo ich mir ist. Ich denke, ich bin. Vielen Dank.